Ihr seid doch wirklich verrückt. Da schüttelt sogar Yuki den Kopf her. Unglaublich. 222 Abonnenten sind es jetzt geworden. Ich danke euch so sehr. Das bedeutet auch, es gibt wieder bald ein neues Abonnenten-Special. Ja, wir haben ja die Schnapssagen und dann gibt es ein Abonnenten-Special. Diesmal ist es was für die Perfect World Abonnenten-Special. Dann müsst ihr mal bitte einmal auf meiner Facebook-Seite. Den Link ist natürlich hier unten in der Kommentar-Kommentier-Box. Also in der Videobeschreibung findet ihr den Link. So heißt das eigentlich. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Zu meiner Facebook-Seite, denn dort solltet ihr mal einmal an zwei Umfragen teilnehmen. An welchen Tag ihr am liebsten das Abonnenten-Special habt und an welche Uhrzeit. Dann kann ich das besser nach euch ausrichten. Und dann haben wir auch kein Problem, dass die Leute nicht können oder nicht können. Ja, was wird das Abonnenten-Special sein? Es wird ein Meet & Greet Abonnenten-Special sein. Bei Perfect World, in Perfect World, mit dem kleinen Frick, dass ihr mich erstmal zunächst finden müsst. Es wird nämlich so aussehen, dass Yuki sich jetzt unterstellen möchte und jetzt einfach aus dem Bild verschwindet. Hallo, Vogel. Das ist jetzt nicht sehr freundlich. Dann haben wir übrigens noch den Piet. Aber das macht ja jetzt auch nichts. Ja, Abonnenten-Special. Ihr müsst mich erstmal in Perfect World suchen. Es ist der deutsche Server, also nicht der deutsche, es gibt ja kein deutsch mehr. Die haben ja zusammengeschmissen, die Server. Aber also der EU-Server ist das. Das ist dann Murai. Dort findet, könnt ihr mich finden. Ja, schön, dass du gerade am Kacken bist, Piet. Yuki haut jetzt einfach ab. Es ist ja richtig was los heute in dem Video, ey. Mein Gott. Ja, so groß ist mein Stativ aber nicht. Deswegen lassen wir es einfach mal auf Piet stehen. So, ihr müsst mich in Perfect World erstmal finden. Das wird mein Lieblingsplatz sein in Perfect World. Also, falls manche das in Erinnerung haben, weil ich bin mir sicher, dass ich das schon mal gesagt habe, in einer meiner Perfect World Let's Plays wird es sein. Es wird in der Stadt Plum. Ach, die heißt ja gar nicht Plum. Ich will wieder im Englischen in der Stadt Rovalia sein. Wirklich nur in Rovalia. Ihr könnt mich natürlich dann auch, wenn das inzwischen stattfindet, mal anschreiben, falls ihr mich wirklich gar nicht findet. Wichtig ist, dass ihr braucht auf jeden Fall Flügel. Also irgendeinen Flugmann braucht ihr, um mich zu finden. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns einfach zusammen. Ich belustige mich, wie lange ihr braucht, bis ihr mich findet. Und dann können wir einfach ein bisschen quatschen. Und hast du nicht gesehen. Es gibt leider keinen Preis für den Ersten, der mich findet, weil ich weiß nicht, was es sein sollte. Also, falls jemand noch eine Idee hat, was man als Preis noch verschenken könnte, schreibt es halt einfach unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ihr geht jetzt auf meine Facebook-Seite, guckt euch, beantwortet, macht an der Umfrage teil, wann, zeitlich und welchen Tag das Abonnenten-Special stattfinden werdet. Und die Aufgabe ist selber klar. Ihr müsst mich in der Stadt Rovalia finden, an meinem Lieblingsort. Und ihr braucht einen Flugmont. Aber wenn es dann losgeht, werde ich euch über Facebook die ganze Zeit auf den neuesten Stand halten. Und vielen, vielen herzlichen Dank für 222 Abonnenten. Das ging plötzlich so schnell auf einmal. Unglaublich. Also, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal dafür. Wir sehen uns im Spiel. Tschüss.